So meine Damen und Herren, wir sind wieder auf Jastmariner, diesmal mit dem McLaren... Ne, Mercedes ist das. C63 AMG von Niklas Maly... 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 However you wanna call it. Yeah, in schwarz und weiß. Denn das Leben besteht auch nur aus schwarz und weiß, grau gibt's nicht. Go away! Al... Dude! Dieser Scheiß-Drecks-Golf ohne Scheiß. Viel Spaß an der nächsten kleinen Kurve. Mit dem ganzen Gedränge. Boah, wie lange hab ich die nicht mehr gefahren. Huh! Komm mal zum Potty. Oh, die Runden sind nicht ganz so lang, zumindest bei dieser Strecke. Nee. Eine Minute, nicht ganz. Ja, ich brauch ne Minute, obwohl ich so oft weggehauen wurde. Gott sei Dank kein Abkürzen. Alter, hast du den Abstand. Na ja, ich bin ja nicht im Getümmel, ich kann frei fahren. Was das angeht. Ich bin jetzt mittendrin. Statt nur dabei. Mhm. Uh! Oh Gott. Oh, ich kann's mir verlauben. Oh, jeder bist du schon. Du Idiot, Mann! Jetzt fährt man sich auf den zweiten Hof, der haut dich weg, Sechster. Fick dich, du Pisskinder, ey. Ich bin dein Alfa Romeo Giulietta ohne Scheiß, ey. Und der ist auch noch vor mir, ey. Und Heun weg. Abkürzen. Wenn ich rankommen würde. Oh! Abkürzen. Ich seh schon den Titel, Cruiser am Ragen. Das hast du schon bei der einen Folge vorhergesagt und auch das hab ich nicht gemacht. Aber diesmal glaub ich schon, weil das Rennen ist noch nicht vorbei und es kommen noch drei andere mit den Mundos. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. Boa. Bim. Eins. Oh du Cracker. Du bist schon wieder orange. Meins war immer noch. LiMef ey ohne Scheiß. Du dummer Dreckswichse. Geh dich aufhengen und dann wundert man sich am orange wird wegen so mongose also mich wunderbar im spiel gar nichts mehr mit den anderen spielern muss aber nur ruhig bleiben was alles andere bringt nichts ein treibender vom selben weg und das ganze dann mal ruhig bleiben man muss es versuchen das geht und dann wenn deine chance kommt beim haus in der wand ja und dann verliere ich meistens noch die situation wie immer muss einfach nur antäuschung musst du tun als wirst du verfahren und dann wenn auf gleicher höhe ist barm rüber und nicht so früh wie manche manche ziemlich früh rüber das kann man ja abschätzen dann aber kurz gas gehen und rüber auf die andere seite und dann ist er in der wand und du fest weil er jetzt in miami welcome to miami miami bitch miami bitch ja war das eine anspielung auf die bank theory nein gibt es noch mehr Leute die amy heißen wir fallen noch keiner ein der ist nicht losgefahren vor mir nicht so wirklich ja geil 360 gemachten geradeaus weiterfahren ja jetzt muss ich die pole verteidigen wow ekelhafte kurve alter was war das denn vor allem wenn man nicht auf die minimap guckt da war keine sau mit marzip mein auto übelst nach rechts das hätte man eine backpfeife verpasst gott wollte es so so zehnte neunte hoch 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 achte weg dim kadim hoch bleib ich da so hängen was soll das das wollte was mache ich denn da von der kacke und an jeder scheiß mauer bleibe ich so sehr stecken dass ich mich nicht mehr das fahrverhalten hier gerade auf was hier passiert dass ich nicht um die kurven kommen sind nicht die anderen nicht so wirklich noch nicht warten ist weiter vorne bist wieder dieser lieben es ist schon wieder hinter mir ich wieder augenkrebs wenn ich den sehe die anderen sind alle so weit weg trotz mit das gerade kommen wir um keine kurve und wie komme ich jetzt mal ich habe typ einfach jede bande trotzdem aufholte die fährt gerade ein unsichtbares auto vor mir komplett unsichtbar ist nur der punkt auf der karte das ist nur der namen jetzt zu sehen wie so ein kleiner geist dieser familie mario kotz der letzte runde dann wird ja bestimmt noch nichts mehr vorne geht bei mir auch nichts mehr aber hauptsache halt dem platz ist was es mir egal ich weiß nicht wie ein bisschen ford muss dann total gerne erste linge noch kein auto gespielt das so eine geile kurvenlage hat wie der so das platz 7 noch in reichweite wenn ich noch bin los machen was blödes dieser 89 da war eins von mir gewesen Nein, ich Idiot. Komm schon, komm schon. Nein. Boah, wie knapp ey. Das war hammer knapp. Hätte ich den Code ein bisschen besser gekriegt, hätte ich es geschafft. Fünfzehntel. Wir sind noch nicht von Nutzel? Nein, stimmt. Noch knapper. Und einer der wenigen Grünen hier. Ich bin wieder gelb. Ich bin wieder angepisst. Jetzt bin ich noch angepisst, nicht mehr. Kurz vorm Explodieren. Siege bei Playlists. 13. 21. Podiumsplatzierung bei Benutzerdefiniten Online Events. 53. 46. Ne, bei Playlists war das. Bei Benutzerdefiniten habe ich 5. Da muss man ein bisschen besser werden. Ja, ich bin ja nie benutzerdefiniert. Deswegen machen wir das ja jetzt. Ja, ist ja aber besser für dich für das Aufnehmen deswegen. Ja, ist es auch. Also dadurch, dass ich jetzt hier auch der Leiter bin, ist das ganz angenehm. Weil dann können wir eben auch mit dem Wiederholung fahren. Ich würde auch gerne ohne, aber du möchtest ja unbedingt welche haben. Siehst du, das können wir mal machen ohne Wiederholung fahren. Das wird gut. Ich kann ja eh nichts dagegen machen, wenn du es einstellst. Hehehe. Einfach die Konferenz verlassen. Plup, weg. Tschüss. Nie wiedersehen. Oh Leute, muss da sein. Dubai. 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 Tschuldigung, nur. Challenger. Oh, 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 oh. Äh, ähnliches zum Teil nach mir werfen. Du Pisskind. Ohne Scheiß. Wie du es schon siehst. So hinter dir rumstochern nach deinem Heck, ey. Wie er schon die ganze Zeit rüber zieht. Oh. Bin ich neunt, ey, weil ich risetten musste. Hehehe. Fliegt über die Mittelbande. Hehehe. Sehr gut. Wegen dem Dreckswegste. Das war so klein. Ja. Ist richtig, Alter. Ich fahre die Kurve ganz außen so. Bam, 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 bam. Ein Auto nach Mannheim. Alter. Vor allem. Ich nehme sie immer perfekt. Was ist? Da kommen immer 20 Mongols. Bis sie mich immer wieder raushauen müssen. Ui. Allein mir hier schon wieder angefahren kommt der Wichser. Bleib doch da nicht hängen, Auto. Mann. Ohne Scheiß. Ich schmeiß den Nestrio raus. Danach. Ja, merke die mal. Die schmeiß ich den Arme raus. Versucht mal schon wieder fährt zu fahren, ey. Und er haut mich schon wieder weg. Und ich hab schon... Ach, ich hab nur Resets mehr, ey. Der hat wohl verdient. Fahr halt in der Kurve geradeaus. Guck mal. Was ist denn, ey. Mann, Alter. Vor mir kriegt einer die Kurve nicht. Ich bin wieder der Angearschte, weil ich dann wie Sepp machen muss. Oh Mann. Du müsstest mal Schaden einstellen, dann würden sie nicht mit so rum. Mit so einem kleinen Tal schaden. Ja, das können wir mal machen, ja. Ist ne gute Idee. Aber auch keine Resets mehr. Hier muss doch noch was gehen, Alter. Das kann doch nicht sein. Nur wie diese ganzen Crash-Idioten. Oh, bleib ich da wieder hängen. Sehr gut. Ist schon an der hängen Kurve, Alter. Mhm. Ja, der andere ist schon im Ziel. Der erste. Deine Oma. Meine Oma ist im Ziel. Oh, wie sie alle vom Ziel noch crashen und ich werde vierter. Wie geil ist das denn, Alter? Da stand echt fünf Mann rum. Sehr schön. Keiner grün. Alle nur noch am rammen. Mit den Luft bin ich jetzt noch Zipter geworden. Ein Rennen ist noch. Ja, super. Aber jeder wird noch weggehauen von den Mongos, ey. Wo liegt der Mongo? So. Schlückchen trinken und nach dem Rennen gehe ich mal aufs Klo. Mhm. Ich brauche dann auch immer eine kurze Pause. Mhm. Die Flur haben wir überhaupt. 21 Uhr 7. Ja. Oder willst du zum Schluss machen, weiß ich nicht. Nee, nee, nee. Auf keinen Fall. Okay. Auf jeden Fall. Ja. Ja. Indienerpolis. Ja. Indienerpolis. Ja. Du wechselst wieder Farbe bei mir. Sehr gut. Rainbow-Mod. Alter, ich... Ja. Ja. Ja, weg. Ja, weg. Wechselnommen, dass ich jetzt wieder Fünfter geworden bin, ey. Ohne Witz. Nes Rio. Ohne Scheiß. Der wird fürs Live gebannt, ey. Ja, Pisser, ey. Du wechselst von der Real Life. Alter, ich fahre einfach nur geradeaus. Der zieht einfach über, der Mongo, ne? So, Power. Zeig mal was. Sofort Mustang. Zeig mal deinen Topspeed. Mal gucken, was bei dem so geht. Topspeed mäßig. Funken. 2,80. Du musst dich lenken. 2,70 knapp bei mir. Bei mir zieht er aber noch ganz schön hoch mit 2,80. Weiß nicht, ob bei mir noch was gekommen wäre. Kann ich so nicht sagen. Es müsste Teststrecken geben, wo du mal so Autos ausfahren können, das ein bisschen antesten kann. Im Singleplayer gibt's das, aber das bringt ihr Multiplayer ein. Nächsten, weil die Autos zwar ja ungetunnt sind. Im Single. Ja, aber so Multiplayer zumindest mal so antesten, ob dir das Auto gefällt oder so. Mhm. Ist ja ganz cool. Und das dann halt noch zurückgeben kannst oder so. Bist der Erste? Ja. Was sind bei dir passiert? Ich war schon die ganze Zeit zweiter. Ja. Nein, du warst vorhin sechster. Ich hab dich doch gesehen. Geh weg. Alter, ich fahr doch auch schon ganz normal, du Idiot. Warum tacklst du immer noch rüber? Ich hoffe, du stirbst an der Aids. Du BISKINDER, ey, man! Ne, statt dass einfach krass aus, die engere Linie fährt. Ne, haut mich lieber noch in die Bande und falle ich selbst treibletze da durch der Hurensohne, ey. Sehr gut. Oh, 280. Ich hasse. Wenn ich so weiter benutze, ey. Irgendwann kann man es schnell mal zurückhalten, ne. Geh doch mal weg hier, Affenkind. Der Zar wird rausgeschmissen und der Nesri ohne Scheiß. Nein, was mach ich denn da für eine Scheiße? War sehr gut. Acker umfügen. Wuuu. Ja. Aber kein abkürzen. Ja, war ich schon. Ein Famebonus. Jawoll, die beiden hinter mir fliegen beide in den Rasen raus. Und ich hab jetzt die Ruhe weg. Erlich. Erlich. Straight ahead. To the finish line. Und blub. Ja, blub. Oh, was machst du denn da? Du klappst gut drauf. Das hat geklappt. Wie geil ist das denn? Schön. Sehr schön. Oh man. Sehr schön. Sehr schön. Du hast sogar noch 5 Sekunden gut gemacht auf den. Okay. Gut. Guck mal. Die Gesamtwertung. Tief durchatmen, Alter. Boah, zweiter. Wow. Fat. Siebter. Yeah. Wow, fat. Sieben ist definitiv mehr als 3. Aber nicht in Grit. So, ich krieg 46.000. 20. Plus Bonus. 400. Ich krieg keinen Bonus. Ich war zu böse. Ich krieg sogar weniger. Gesamtverdienst steht 18,9. Wie viel krieg ich insgesamt? 18,5. Abstrafe hier. Abgestraft worden. Schön. Level 30 immer noch. Und tschüss. Sch